Ich bin gespannt. Also man meint das jetzt die seltene Position, wo wir die Kugeln gefüllt haben? Ja. Okay, und das hier hängt unsere Kugeln an. Hier in die lange Gang. Und der ist eine... In der Kassinoforte? In der Minden. Da ist drei Brügel. Da ist ein und da ist ein und da ist ein. Was ist ein Brügel? Ja, Brügel hat man auch. Brütenkupfer. Ja, so Wasser. Oder? Brütenkupfer. Er lacht sich da in Rollen.